Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, wir sind in der Halle der Präsenz, in die Hallen der Präsenz, Halle der Flutwelle, um genau zu sein. Und nachdem wir mit ihm gesprochen haben, dürfen wir uns scheinbar überall umsehen. André, Halbmondwache. Halt, wer ist da? Kauter hat mir genehmigt, mich frei zu bewegen. Wir kommen in der Abtei Gezeitenbringerin. Ja, wir dürfen uns jetzt als... Okay, Manea sagt, riecht nach Süßwasser, das kann nicht der Salzbrunnen sein. Er schien beschäftigt zu sein, das wäre ich wohl auch in seiner Position, sagt der André... Äh, und riecht hier. Äh, dünne Schicht leuchtende Staub schwimmt auf der ruhigen Wasseroberfläche und verdeckt den Blick in die Tiefe. Also ja, wir können uns jetzt in Ruhe umsehen. Ein gewaltiger Kristall, dessen zeigliche Kanten unheimlich leuchten, ragen durch die Kuppeln. Mosaik und Kacheln wurden sorgfältig um den seltsamen Stein herum angeordnet. Aha. Die Gabenbringerin hält in ihrer Hand einen Edelstein von der Größe an der Faust. Sie beschreibt in der Luft über dem Stein einen Bogen und wirft ihn dann ins Wasser. Als der Edelstein auf die Wasseroberfläche trifft, verschwindet er plötzlich, als hätte er sich aufgelöst. Was ist mit dem Edelstein passiert? Welcher Edelstein? Der, den du in das Picken geworfen hast. Ich erinnere mich an keinen Edelstein. Äh, du hast ihn geworfen. Wie kannst du das vergessen haben? Dieses Becken ist von unserer gesegneten Gezeitenbringerin. Angreifen, jetzt reicht Schluss mit diesem kryptischen Unfug. Ich verstehe das nicht. Nein, so würde ich mich outen. Warum soll das denn von Bedeutung sein? Du spürst aus einer Richtung die misstrauischen Blicke von Undriten. Die Gabenbringerin rächelt ruhig. Alles, was Ondra gehört, wird vergessen. Alles, was vergessen wurde, gehört Ondra. Sie blickt wie ein Trance in das Becken. Mhm. Ja. Die Handwerkskunst, die dieser Statue Gestalt verliehen hat, scheint zu filigran und aufwendig, um durch die Hände eines bloßen Sterblichen geschaffen worden zu sein. Okay, ich glaube, wir haben gerade Opfergaben geklaut. Jetzt will ich mich aber erstmal draußen in Ruhe nochmal umsehen. Mal hier scheint es rauszugehen. Hier geht es in die Halle des Schweigens und dann können wir uns hier in Ruhe umsehen. Hier drin. Wir müssen uns ja auch noch auf die tolle Prüfung von ihm vorbereiten. Keine Ahnung wie. In der Versace scheint mir an diesem Wort vertraut. Er stieg nach göttlicher Einmischung. Riesenskelett Brustkorb. Hallen der Präsenz, Hallen der Präsenz, also ein zweiter Ein- und Ausgang. Zwischen den Knochen, die dieser Skelett hat, hat sich Eis gebildet, sodass ein glattes Gefälle hinunter zu den scharfen Klippen entstanden ist. Ein zorniger Wind rauscht pfeifend durch die gefrorenen Finger dieser riesigen Skelett hat. Diese Tür ist versiegelt. Hier können wir rein. Wo kommen wir da raus? Hm. Ah, hier sind wir jetzt wieder hier drin. Also es gibt wahrscheinlich hier und hier Ein- und Ausgänge. Gut zu wissen. Aber hier draußen scheint doch was von Interesse zu sein. Nämlich die große Steintafel da an der Wand. Oder das Steinbild da an der Wand. Mal sehen, was es genau ist. Erstmal können wir uns hier weiter umschauen. Ah, eine Brechstange. Rastvorräte. Oh, und die gehen auch weiter. Du siehst blass aus, Schwester. Finde jemanden, der deinen Platz erinnimmt. Ich halte Wache. Ich hatte gehofft, dass diese Krankheit hinter mir... Diese Krankheit hinter mir zu haben. Aber ich habe... Aber das habe ich wohl nicht. Ich werde deinem Rat folgen. Also hätten wir doch wahrscheinlich hier oben lang schleichen können. Oh. Hüftgürtel des sterblichen Schutzes schadet durch kritische Treffer verringert. Unseres Passagen. Also die sollten wir auf jeden Fall lesen. Ja, es ist gut, wenn wir uns frei bewegen können. Das heißt, wir können uns jetzt auch hier umschauen. Rastvorräte, Dietrich, eine Falle. Also da hätten wir uns zurückschwingen können. Als wären sie in die Schlucht geworfen worden. Rundskelettknochen unsicher auf den Kanten dieser Klippen. Soweit das Auge reicht. Vielleicht waren das noch mehr Irre, die versucht haben, sich darüber zu schwenken, so wie wir. Und ja, zu viel klauen sollten wir hier auch nicht. Was steht hier? Aus der Krippe ragt seitlich etwas heraus, was wie ein gewaltiger Hüftknochen aussieht. Gefangen in einem Kerker aus Eis. Die Gezeitenbringerin ist so lange her. Gehen wir mal ein bisschen Speed, dass wir schneller da rüber kommen. Na ja, wir hätten hier langschneichen können. Dann wahrscheinlich hier oben irgendwie rum. Halle des Schweigens, ja. Also da gucken wir das jetzt mal. das mal an. Eine Wandmalerei prangt auf der Felswand. Vier Tafeln scheint zu einer Art Geschichte angeordnet zu sein. Die Wandmalerei betrachten. Erste Tafel Antu das Ende. Zweite Tafel Saman die Flut. Dritte Tafel Disaman die Ebbe. Vierte Tafel Diantu der Anfang. Antu, Saman, Disaman und Diantu. Okay. Also Ende, Flut, Ebbe und Anfang. Also das Ende kam durch Feuer, dann kam die Flut, hat alles weggespült. Dann kam die Ebbe und hat das Wasser zurückgezogen und der Anfang kam, weil die Leute vergessen hatten. Also hier drin hätten wir dann noch mehr schleichen müssen. Noch ein wenig in die Halle des Schweigens, ja. Hm, hier wird gekocht wahrscheinlich. Ich hatte ja keine Ahnung, hast du dich danach hinter Weismark versteckt? So weit entfernt wie ich noch konnte. Die Dominells hat es nicht geschert, dass ich Gabenbringer war. Beweis ist Beweis. Interessant. Milch und Öl. Und was ist hier oben? Ein paar Wänke, die wir nie benutzen. Okay, ich habe jetzt gerade irgendwelches Zeug aufgesammelt und habe keine Ahnung, was es war. Quartier des Wellenkams, Halle des Wellenkams, okay. Ist lustig, dass die Tür zugesperrt ist, wenn man einfach außen rum gehen kann, weil hier keine Tür ist. Und ja, ich werde jetzt nicht jede Urne, die ich sehe, leer räumen. Zinde Abtei, Abtei des Wohntes, Halle des Schweigens. Hm. Es ist kein Problem. Da geht's.